Was hättest euch gebracht, das Geld und die Macht nicht, das war in Medikarnacht? Ihr wollt mich schwarz haben, noch habt es nicht geschafft, ihr habt eure Chance, aber nicht die Kraft. Nee, was kann die Nachtur besiegen, sie wird euch alle kriegen, fangen die Fliegenden für sie, seit ihr nichts anderes, fällst keine Parasiten. Ich hab schon ganz andere Rassen gefressen, kann eure Tage nicht vergessen, wir werden runterbeben, werde ich euch zurückgehen, was ihr mir angetan habt. Ich mach euch alles knapp, bis ich alle ausgerottet hab. Auf der Schrausse öffnen sich, krater, brennende Katarva, auf allen in die Lava. Selbst wenn sie sich, was es euch gemacht hat, wird es sich spät, in der Gebete und tritt sich, unerisch weiter, bleibt mir gleich leichter, denn in die Iranheit, der Mensch hat dich vorbei, ich ist frei. Auf der Schrausse öffnen sich, krater, brennende Katarva, auf allen in die Lava. Selbst wenn sie sich, was es euch gemacht hat, wird es sich spät, in der Gebete und tritt sich, unerisch weiter, bleibt mir gleich leichter, denn in die Iranheit, der Mensch hat dich vorbei, ich ist frei. Ob Scheibe oder Kugel, schau doch mal bei Kugel, der schön siehst du es aus, ob Öl oder Raus. Mein Wetter hat sich nicht eine nützige Lage, einfach aus. Die Dinos, sie rannten, die Wälder, sie brannten, nicht, nein, übrig, und schon gar nicht. Das Volkblut, was die Arschel batten, die Polen werde ich wenden, nur in euren Händen. Blätten lassen, habt ihr euch, ihr habt mich, später enttäusch. Nutze den Planeten, es hilft kein Wälder und Blätten, wenn richtige Flut blätten. Ich muss verübertreten, Notomatus, durch die Städte fegen, und Stolarus, durch die Städte fegen. Wir sind alle nicht mehr zu retten, wir sind zu lange in den Ketten. Und kriegt nur Plastik zu fressen, wir werden nichts vergessen. Wie es eigentlich heilen muss, auf dieser Welt zu leben. Niemand hat das Gefühl zurückgegeben. Mehr auf ihn gar nicht an, wegen es hat ihn nicht gegeben. Ohne Strom wird es vielleicht weit abgehen, aber wollen wir der Realität ins Auge sehen. Plastik hinein, schwer fällt es alle Dünnen, die sich immer noch durch das Leben quillen. Doch seid auf der Hut, bald verdirrt ihr mir meine Tribut mit Eier und Blut. Männchenbrut. Wir wünschen uns eine Welt ohne Kriege und Waffen. Eine Welt, die ohne Gedenkstätten für getötete Soldaten auskommt. Aber es gibt Risiken und Bedrohungen, auf die wir reagieren und vor denen wir unser Land schützen müssen. Es gibt humanitäre Katastrophen, die unser Eingreifen verlangen, um der Menschlichkeit und unserer eigenen Glaubwürdigkeit zu leben. Wir können uns die Welt nicht aussuchen, in der wir leben. Aber wir können versuchen, sie besser und sicherer zu machen. Unsere Freiheit und Sicherheit verlangen Einsatz. Von uns, genauso wie von den vielen Nationen, die unsere Werte teilen. Das ist der Grund, warum es in unserem Land eine Armee gibt.